Hallo und herzlich willkommen zurück zu GRID 2. Ja, wenn ihr das seht, bin ich wahrscheinlich schon im Flieger in die Türkei. Ja, aber ich nehme mal ein bisschen Vorhoff und deswegen geht es, denke ich mal, direkt schon weiter. Ich denke mal, wir machen mit der Elimination weiter. Die Ausscheidung, das macht mir nämlich mehr Spaß. Und ja, ich denke mal, Barcelona, drei Runden geht klar. Mit unserem schönen Golf R. Und ich werde die Parts jetzt etwas drosseln auf 15 Minuten, weil ich ja im Urlaub bin und ziemlich viel vorproduzieren muss. Nicht nur für GRID 2, ich habe auch schon ein anderes Projekt aufgenommen. Mal sehen, ob das auch kommt. Und natürlich will ich ja auch weitermachen mit Resident Evil. Aber ja, das kommt vielleicht schon jetzt in der nächsten Zeit. Ja, ja, wenn ich es schaffe, aufzunehmen. Ah, warte mal, jetzt will ich erst mal auf Pause machen. Ich muss erst mal meinen, alter Schwede, meinen Gaspedal hervorholen. Habe ich voll vergessen. Was ich sagen wollte, ja, ich nehme mir jetzt hier wie die wilde Sau vor auf. Und ja, super. Und ja, ich habe gerade den Fahnen verloren, weil ich sagen wollte, ich nehme ja gerade vor auf. Ich sitze ja schon im Flieger, jetzt wenn ihr das seht. Ich muss ziemlich viel vorproduzieren und das wird halt dann auch schwer, viel aufzunehmen. Weil ich muss ja auch GRID 2 aufnehmen. Dann für meinen eigenen Kanal fange ich jetzt auch wieder an, muss ich noch was aufnehmen. Und Resident Evil kommt auf jeden Fall, wenn ich wieder da bin. Weil dann habe ich auf jeden Fall jeden Tag Zeit, mal 2 Stunden aufzunehmen, eine 2-Stunden-Session zu machen. Und dann geht das auch wieder. Und ja, deswegen muss ich auch die Parts drosseln. Aber naja. Mal sehen, ich werde jetzt auch versuchen, in einem Part so viel wie möglich reinzuquetschen. Aber ich weiß nicht, wenn mal nichts kommt von mir, jetzt in den nächsten 2 Wochen oder in den nächsten 10 Tagen, dann liegt das daran, dass ich nicht so viel geschafft habe. Ähm, ja. Aber ich verstehe nicht, das ist dann wohl keine Ausscheidung gerade. Na denn. Dann gucken wir mal. Der zieht uns etwas weg, aber den holen wir uns auch. Ist glaube ich auch der Golf R von Lorenzo Vela. Eita Schwede. Und mal schauen. Ob wir den noch kriegen. Aber ich denke mal schon, ich werde auch versuchen, in den Ferien, da kann ich ja wirklich 2 Stunden pro Tag aufzunehmen. Das heißt, ich könnte noch ein drittes Projekt nehmen. Just Cause 2 werde ich wahrscheinlich nicht mehr machen. Das macht mir einfach keinen Spaß. Genauso wie Crysis 3 damals. Man müsste ja auch mal ein bisschen austesten die Spiele. Macht das wirklich so viel Spaß. Und die Story ist ja auch nicht wirklich gerade geil. Ja gut. Die schnellste Runde nützt mir nichts, wenn der da immer noch vor mir klebt. Einfach mal aus Gas drücken. Richtig durchziehen. Der hat auch gerade einen kleinen Fehler gemacht. Ich würde ja auch so gerne Cubewords machen, dass... Äh, alter Schwede. Das neue Spiel, was schon 2 Jahre angekündigt wurde. Also eine Mischung aus Minecraft, WoW, Diablo und so weiter. Darauf habe ich schon 2 Jahre gewartet. Nur sind die Server so überlastet, dass man es sich noch nicht mal kaufen kann. Alter Schwede Fehler. Ja, mal schauen. Aber ich finde das Spiel so geil. Mal sehen, was da so kommt. Ist auf jeden Fall jetzt Ferien. Da kann ich mehr aufnehmen. Und kann ich richtig schön viel hochladen. Auf jeden Fall Grid 2 werde ich immer weitermachen, weil das ist einfach das geilste Game ever. Und ja, Resident Evil hoffe ich mal, dass ich da endlich weiterkomme. Ja, weiß ich. Weiß ich. Weiß ich. Okay. Endplatzierung 1. Hammer nice. Ich glaube, da müssten wir auch schon an die 200.000 Fans grenzen. Jawohl. 204.000. Ja, die Promo mache ich dann wahrscheinlich in der nächsten Folge. Ich möchte erst mal die Elimination fertig machen. In dem Part hier. Mal wieder unseren Golf R. Und im nächsten Part werden wir dann auch den anderen Cup noch fertig machen. Und dann versuchen dieser, den Euro Cup da anzufangen. Und dann denke ich mal, in den nächsten Parts geht es dann auch in die zweite Saison der WSR. Aber er hat mal was Neues gesagt. Geiler Start, muss ich sagen. Ja, und das haben wir. Oh. Okay, ich habe nicht gesehen, dass die alle bremsen. Das tut mir jetzt aber leid. Manchmal träume ich auch. Ah. Wen dann eine Ausscheidung. So. Ihr müsst auch mal in den Kommentar schreiben, ob ihr die Challenges haben wollt. Dass ich die auch noch aufnehme. Alter Schwede. Wo man dann die ganzen Wagen nochmal gewinnen kann. Mach ich. Weil sonst weiß ich nicht, ob ich das machen soll. Ich mache es nämlich jetzt erstmal nicht. Denn das ist einfach langweilig. Zeit fahren ist eh der größte Bullshit. Ah, den kriegen wir aber auch noch. Ich meine, so arg schwer ist das jetzt nicht. Ich. Dann ziehen wir vorbei. Ah, die nehme ich immer zu spät. Die nehme ich immer zu spät. Ich wollte eigentlich. Zurücksetzen, genau. Da hattet ihr ja nichts dagegen. Ja, toll. Blöd, ein bisschen zu früh das zu machen. Ah, immer noch ein bisschen zu spät. Okay. Für die, die es interessiert, ich habe auch einen. Also auf meinem eigenen Channel lade ich Minecraft hoch. Also für die, die es interessiert, muss ich mir mal kurz Werbung machen. Ich meine, das ist ja auch gerade ziemlich langweilig. Alter Schwede, ey. Okay. Aber den Sieg haben wir. Aber den Sieg haben wir. Da müssen wir jetzt schon richtig scheiße sein. Wenn wir das jetzt verhauen. Scheiße, 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 scheiße. Das war knapp. Und den haben wir. Drei Minuten sind voll. Wir sind Erster geworden. Mit offener Heckklappe. Durchs Ziel. Das hast du uns schon mal erzählt. Dann hätten wir das auch. Dann haben wir die voll. Und haben wir jetzt, denke ich mal, 225.000 Fans. 224.000. Gut, geht auch. Gut. Dann denke ich mal, die haben wir voll. Die sind dabei. Im nächsten Part werden wir dann die Divisero im Zeitfahren schlagen. Und die Promo machen. Soll, wenn der Part jetzt etwas kurz, weil ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Dann sehen wir uns beim nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns.